So, wir sind zurück im vierten Teil, glaube ich, schon? Keine Ahnung, entweder müssen wir schneller machen, oder ich habe keine Ahnung, ihr müsst halt zwei Millionen Teile gucken. Official Louis nochmal, was magst du mehr? Nichts? Red Bull oder Monster Energy oder Rockstar? Also von Red Bull habe ich immer die Red Bull Cola gerne getrunken und zu Chili Burgern gegessen. Der Unterschied zwischen Monster und Rockstar erschließt sich mir nicht ganz. Ich habe nur gesehen, von dem einen gibt es so eine blaue Dose, was irgendwie so ein bisschen wie Kokos, Ananas, so Hawaii-mäßig schmeckt. Das fand ich ganz cool. Ich wüsste jetzt aber gerade nicht, ob das Rockstar oder Monster war. Ich tippe mal auf Rockstar, weil ich das, glaube ich, nur von der einen Marke gesehen habe, sage ich jetzt einfach Rockstar, fertig. Sind wir nicht alle Rockstars? Official Louis hat hier, XD, hat wohl angezeigt, in welchen Abschnitten man meine Unterhose gesehen hat im Video. Naturin hat Fragen gestellt. Eui, 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 ich habe Fragen gefunden. Wie war dein Werdegang? Komplett? Alles? Oder nur der YouTube-Werdegang? Mein Werdegang in dem Sinne war, ich wurde geboren, ging in den Kindergarten, bin in die Schule gegangen, habe meinen Hauptschulabschluss, ach, Hauptschul, habe meinen Realschulabschluss gemacht. Das haben wir ja im letzten Video gesehen. Ich habe mich danach beworben, wollte eigentlich Einzelhandelskaufmann und so werden, aber weil ich extreme Rückenprobleme hatte, haben die den Lehrvertrag beim Aldi rückwirkend wieder aufgelöst, nachdem sie das ärztliche Attest gesehen haben, dass ich da so Probleme habe. Deswegen stand ich dann ohne eine Ausbildungsstelle da und bin ganz knapp aufs berufliche Gymnasium gerutscht zur 11. Klasse, Richtung Abitur. Ich hatte natürlich keinen Bock, weil ich ja eigentlich dachte, boah, guck mal, du hast so gute Noten, du hast nur 1 und 2 gehabt, du bist der Beste auf der ganzen Welt. Warum kriegst du keine Arbeit? Wegen deiner Gesundheit? Was bringen dir dann gute Noten in dem Sinne? Und weil ich keinen Bock hatte dann auf das berufliche Gymnasium, habe ich dann auch nur Scheiße gebaut. Ich hatte einen in der Klasse, der hat auch nur Scheiße gebaut, der hat immer ein böses Onkelz-Shirt angehabt, das war der Philipp, Grüße gehen raus. Wir sind immer, wenn Pause war, sind wir zum Plus damals, haben Bier getrunken. Ich habe vorher nie Bier getrunken, aber in der 11. Klasse war mir dann alles egal. Selbst wenn wir Sportunterricht hatten, wir sind mit Bier oben reingegangen, haben da Bier getrunken erst mal und dann sind wir auf dem Fußballplatz rumgeflogen und hey. Das war auf jeden Fall eine coole Zeit. Da hat man irgendwo die Motivation nämlich verloren, wenn man sieht, du kannst so gut sein in der Schule, wie du möchtest, du kriegst trotzdem einen Arschtritt. Gesundheitlich. Und die Gesundheit, daran konntest du ja nichts ändern. Dann war ich schon 18, da hat es ja nicht mehr interessiert, was mit der Gesundheit ist. Da habe ich mich dann also als Werkzeugmechaniker beworben, querbeet als alles mögliche überall. Und gerade als Werkzeugmechaniker, worauf ich gar keinen Bock hatte, haben die mich genommen, habe ich also meine Ausbildung gemacht, dreieinhalb Jahre, habe zwei Jahre dann als Facharbeiter da gearbeitet, wurde dort irgendwann rausgemobbt, weil die festen Mitarbeiter dort richtige Assis waren. Die Leiharbeiter waren die besten Menschen, aber die festen Mitarbeiter, die haben ja, jeder war nur Konkurrenz in ihren Augen, jeder war ein Stück Kot in ihren Augen. Deswegen wollten die immer, die haben immer nur gestichelt und gemacht und gehetzt und getratscht und bla und haben immer irgendwelchen Scheiß, der gar nicht gepasst hat. So ist man da also rausgemobbt worden, war lange Zeit dann krank, auch in Behandlung, weil das sich richtig alles niedergeschlagen hat. Und dann ist man von Psychiatrie zu Psychiatrie gewandert, weil man auch Probleme hatte damals, wegen der allerersten Freundin, die einen auch schon richtig abgefuckt hat. Und die zweite danach einen noch mehr abgefuckt hat, bis man dann irgendwann im Netto gelandet ist, Regale einräumen, Kassenschulung, im Netto dann an der Kasse, bester Verkäufer der Welt, immer nur Props bekommen von den Kunden, alle haben sich gefreut. Aber selbst Netto war man dann ein Dorn im Auge, weil man eben immer so freundlich war. Also hat Netto einen auch einen Arschtritt gegeben, weil man die anderen ausgestochen hat. Und so stand ich wieder auf der Straße, hab dann, ja, hab dann meinen besten Kumpel verloren, weil der dann gestorben ist. Mein anderer Kollege, den ich kennengelernt hab, hat mir dann die Freundin ausgespannt. Meine Freundin nach elf Jahren hat mich dann sitzen lassen. Ich hatte keine Arbeit mehr, ich hatte keine Freunde mehr, ich hatte keine, ich hatte gar nichts mehr. Und dann hab ich irgendwann mit YouTube richtig angefangen, diese Pokémon-Videos zu machen. Hab währenddessen dann angefangen, beim Rewe versucht, mich zu bewerben. Da zu arbeiten, aber da war von Anfang an alles richtig eklig. Die Mitarbeiter so, es gab Korrekte, aber die, mit denen ich natürlich direkt zu tun hatte, die haben schon so eine Fresse gezogen jeden Tag. Das hat auch nicht lange gehalten. Die haben mich auch wieder mental so zurückgeworfen, dass ich einfach schon wieder halt Panikattacken bekommen habe, überhaupt da hinzugehen. Das hat nicht lange gehalten, wie gesagt. Bin ich da weg und jetzt sitze ich halt gerade da und mach so mein YouTube-Zeug, aber weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung, wie es überhaupt weitergehen soll. Wie lange bist du arbeitssuchend gemeldet und warum? Wie gesagt, dadurch, dass ich immer überall aneck und die auch nicht mehr wissen, was sie mit einem machen sollen, dann werde ich immer zu irgendwelchen Berufseignungstests geschickt und psychologische Gutachten gemacht. Jedes Mal heißt es, mein Leistungsvermögen liegt weit über dem Durchschnitt. Ich bin also eine ganz schlaue Socke, aber die gesundheitliche Ebene, da brennt der Hut. Jedes Mal schlagen die Alarmglocken, da droht eine schwere seelische Behinderung. Und so sagen sie, sie können mich eigentlich nicht auf den Arbeitsmarkt loslassen, ich müsste eine Kur machen. Kur hier, Kur da, Kur bla bla bla, dann versuchen sie es doch wieder mit Arbeit, dann eckt man doch wieder an. Es ist alles sehr kompliziert. Und jetzt bin ich bestimmt schon... Ein Jahr, ein Jahr, eineinhalb Jahre, zwei Jahre. Bin bestimmt schon wieder zwei Jahre, die jetzt Arbeit suchen, weil es tut sich halt nichts. Und ich wüsste auch nicht, in welche Richtung sich was tun soll. Wohntest du schon immer in Hildburghausen oder hattest du auch mal in anderen Ortschaften gelebt? Ich wohne noch gar nicht so lange in Hildburghausen. Ursprünglich kam ich ja aus Hessberg. Ich wurde in Hildburghausen zwar geboren, aber habe mit meiner Familie in Hessberg gewohnt. Das ist der nächste Ort neben Hildburghausen. Ist ein kleines Dorf. Ist man auch jetzt noch oft. Aber irgendwann, weil es auch immer Probleme mit der Mutti gab und man sich da oft in den Haaren hatte und das alles auch Probleme gemacht hat, hieß es, ich soll mir eine eigene Wohnung suchen. Von den Ärzten aus, vom Amt aus, dass die Ausbildung auch nicht gefährdet ist. Und so habe ich dann in Hildburghausen gewohnt. Bestimmt jetzt schon seit... Seit vier Jahren oder irgendwas. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall wohne ich gar nicht so lange in Hildburghausen. Wie offen sind die Leute in deiner Umgebung? Was heißt offen? Ich würde eher sagen, die meisten Leute in meiner Umgebung sind falsch. Selbst wenn sie in dem Sinne offen sind, ist das, was die von sich geben, nichts Brauchbares, weil sie dir einfach eh nur irgendwas vorlabern, vorspielen, ins Gesicht lügen. Die meisten eh einfach nur irgendwelchen Mist von sich geben, darauf kannst du nichts geben. Wenn du offen als offen meinst, würde ich sagen, die Leute hier in der Umgebung sind sehr offen, weil so nach dem Motto jeder mit jedem, jeder hatte schon jeden. Die Girls rennen schon draußen rum mit 20 Knutschflecken am Hals, sind gerade mal 14 oder so, haben schon 10 Freunde gehabt, haben jetzt gleichzeitig schon wieder 3 Freunde, treffen sich mit dem einen hier, mit dem anderen da und fragen dann trotzdem den Dritten, der 20 Jahre älter ist, hey, würdest du was mit mir anfangen, obwohl du eine Freundin hast, ich weiß, trotzdem fragen kann man ja mal, also in dem Sinne sind die Leute sehr offen in der Umgebung. Auch jede Woche kommt die große Liebe ins Leben, jede Woche wird ein anderer in den Beziehungsstatus geschrieben und jede Woche ist alles hin und her. Und ansonsten, die Erwachsenen sind eher nicht offen, viele sind halt sehr spießerhaft unterwegs, die mit ihrem Monokel im Auge, mit ihrem Unsichtbaren und Zylinder auf, alles verurteilen und alles, was nicht erhobenen Haupt ist, mit Porsche und Krawatte durch die Gegend läuft und fährt, sowieso nicht tolerieren. Das hat alles keine Existenzberechtigung. Zukunftspläne. Weiß ich nicht, wie gesagt, mit Pupsi halt zusammenziehen, noch ein Kind bekommen, also sie hat ja schon eins und vielleicht kriegt das noch ein Geschwisterchen, vielleicht noch eine zweite Katze zulegen, mit YouTube noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen und sonst weiterhin coole Videos machen, Spaß haben mit der Community, die mehr zusammenwachsen, noch mehr Freundschaften knüpfen von coolen Leuten, die man mal besuchen kann oder die einen selber besuchen und, ja, keine Ahnung, vielleicht auch endlich mal eine Arbeit finden, die Spaß macht und wo man auch anerkannt wird und akzeptiert. Wie machst du deine Videos, Kamera, Equipment, Schnittprogramm? Also ich habe, die liegt zufällig auch gerade hier, immer diesen alten, vergammelten Camcorder, hier von Canon. Canon! Kennt man, oder? Canon HD. Legria HFM 306. Klappst du auf hier, ist verschmiert mit Spiegel dran, ist schon ein Fisheye vorne drauf, kannst du abmachen hier, sieht dann anders aus. Das bemängeln die Leute immer, dieser schwarze Rand, der bei den Videos ist. Mit der renne ich jetzt schon seit 100.000 Jahren rum, mit der habe ich damals immer meine Musikvideos gedreht, jetzt drehe ich halt meine Pokémon-Videos. Ansonsten, ja, renne ich gerade mit meinem Handy hier rum, mit dem Huawei P20, da ist der AZ-Screenrecorder drauf, den benutze ich ja, um die Pokémon-Aufnahmen zu sichern. Dann habe ich mein Magix Video Deluxe 2017 plus HD. Ist auch schon ziemlich alt, aber das nehme ich dann immer, um die Videos zu schneiden. Synchronisiere natürlich immer bei Pokémon dann die Aufnahmen mit den, äh, die Bildschirmaufnahmen, mit den Kameraaufnahmen, mach den Ton wieder weg, leg Musik drunter, mach das alles so, bastel das so zusammen. Es sind also keine neuen, modernen Sachen. Es ist alles ziemlich alt und vergammelt, aber es passt, es funktioniert, es reicht mir auf jeden Fall. Dann Starkiller, rauchst du? Nein, ich rauche nicht. Ich habe auch noch nie geraucht, weil ich habe eh Asthma, ne? Deswegen merkt man ja immer, wenn ich durch die Gegend laufe am Seatday, ich bin nur am Schnaufen und am... Ich rauche nicht. Ich glaube, dafür wäre mir das Geld auch zu schade und ich finde Rauchen eklig, das Stinken, das ist hässlich, Alter. Guck dir die Leute an, wie sie im Suchtverhalten dastehen und rauchen da. Also das... Alle, alle erschossen einfach nur. Biala vom Main, was hältst du von der Community? Ganz ehrlich, ich liebe die Community. Ich finde das so toll. Ohne die Community würde es mir wahrscheinlich nicht so gut gehen, wie es mir jetzt meistens geht. Ohne die Community würde ich weiterhin noch in der Ecke sitzen, den ganzen Tag schmollen und mich kacke fühlen. Und... Ja... Pupsi kann nicht immer da sein. Und dann weiß ich aber, die Community ist da. Und das ist ein tolles Gefühl, dass man nicht alleine ist auf der Welt. Deni... Deni... Döni... Dönis... Ramsen, würdest du meinen würzigen Poppes für 50 Euro schnabulieren? Also du müsstest 50 Euro zahlen, damit das klar ist. Da ich ja momentan keiner Tätigkeit nachgehe, sind mir da 50 Euro für Poppes-Schnabulation etwas zu teuer. Wenn du das verhandeln könntest, könnte man vielleicht nochmal drüber reden. Sani fragt, wer ist dein Lieblings-YouTuber? Ganz klar, Natururin. Hier sieht man ihn nochmal, Natururin, weil... Ich hab... öfters Sachen von Unge verfolgt, wenn der immer so... YouTube-Kacke-Videos geguckt hat. Ich fand das cool, dass er sich da so freut, aber seit dieser Sache mit Tanzverbot und dieses gegenseitig extreme, heuchlerische am Arsch lecken, jeder kriegt jeden in den Arsch, weil jeder mit jedem ja komplett cool sein muss und will, einfach nur für das Image, finde ich das alles nicht mehr so cool. Seitdem gucke ich lieber Leute an, die nicht so im Rampenlicht stehen und sich verstellen, sondern Leute, die einfach nur von anderen vielleicht gemieden werden, von anderen schräg angeguckt werden, dann habe ich mehr Herz und mehr Sympathie für solche Leute. Deswegen gefällt mir Natururin so, weil der so natürlich ist. Deswegen, mein Lieblings-Youtuber Natururin, der ist... Ja, der trinkt Bierchen, der labert Mist, der ist aktiv draußen unterwegs. Diese ganze Kombination zusammen gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Jetzt kommen wir zu den Isbo-Fragen. Mal gucken, wie viel wir hier schaffen. Isbo, hast du einen Schulabschluss? Ja, Realschulabschluss. Haben wir ja vorhin in einer anderen Folge schon gezeigt. Wieso machst du keine Musik mehr? Mach ich doch. Wir haben doch letztens erst wieder ein Feature zusammen aufgenommen. Wieso erklärst du Sachen immer stundenlang, anstatt eine kurze Antwort zu geben? Weil Leute vielleicht dann sagen würden, ja, hä, jetzt hat das gar nicht Primetime zum Beispiel. Wenn ich was nicht stundenlang erkläre, sondern nur kurz was sage, dann heißt das, ich bin gar nicht drauf eingegangen. deswegen gehe ich von der Natur her eigentlich immer mehr auf Sachen ein, als es vielleicht sein müsste. Kann vielleicht auch negativ sein, wenn man so zu viel redet, aber bisher hat mir das noch keiner als negativ eingestuft. Wieso tust du Katzen in deine Videos einbauen? Ich mache das meistens ja nicht mit Absicht. Wenn ich im Bad sitze und filme was und der kommt angerannt und springt ins Waschbecken und hängt sich selbst in die Kamera, dann macht er das ja automatisch und bevor ich den rausschneide, lasse ich den einfach drin. Wieso machst du Bierdosen nicht mit der Nase auf? Habe ich noch nie probiert, da die Nase auch sehr weich ist, glaube ich, fehlt da wirklich eine Kante, vor allem eine Bierdose. Brauche ich ja keine Kante, stimmt. Vielleicht, wenn ich mir ein Piercing in die Nase mache und dann die Lasche dann durch, dass ich das aufziehen kann, aber dann reißt es mir noch die ganze Nase ab, wie bei Michael Jackson, das wollen wir natürlich auch nicht. Es reicht, wenn man das mit der Hand macht, finde ich, oder reinstechen und raussaufen, so kann man es natürlich auch machen. Wieso machst du in dem einen Video Wandern wie Natururin Natururin nach? Weil er mich inspiriert hat und das mein Vorbild war für solche Wanderungen und Trinken. Wieso gibst du Geld für Pokémon Go aus? Weil es mein Hobby ist und ich finde, es ist nichts Schlimmes, wenn man Geld für sein Hobby ausgibt. Andere, die kaufen sich halt jeden Monaten neues Playstation 4 Spiel und ich cache halt ab und zu mal bei Pokémon Go rein. Wieso schaust du dir nicht die Stone Cold Steve Austin DVD dreimal hintereinander am Stück an? Weil ich habe gar keine Zeit dafür, glaube ich. Ich würde es nicht mal schaffen, sie einmal am Stück zu schauen, aber dreimal hintereinander am Stück, dafür fehlt mir echt die Zeit. Ich habe ja nicht mal Zeit, wenn ich alleine bin, einen Film zu gucken. Ich kann mir nur die Zeit nehmen, wenn Pupsi da ist, dass ich zusammen mit ihr mal was gucke. Wieso arbeitest du nicht auf dem Bau? Weil ich nicht so schwer heben darf. Wieso schneidest du deine Haare ab, wenn du gestresst bist? Das war einfach nur ein Schrei nach Liebe und zum Stressabbau, genau. Wieso kaufst du 100 Handys? Es waren nur drei und halt als Ersatz, falls mal wieder was kaputt geht. Wieso ziehst du nicht das T-Shirt Achtung MC Ramses kommt an? Das hat er Ist wohl mir mal geschenkt, so ein richtig schönes T-Shirt Achtung MC Ramses kommt mit so einem Wrestler mit einer Maske drauf als Comic Figur und ich fand das so peinlich, dass ich das nie in der Öffentlichkeit anziehe. Am besten ich rahme es ein und hänge es an die Wand, dann kann ich sagen, ich kann es nicht anziehen, weil es ist wie ich fotografiere immer nur welche und schicke sie dir, um dich zu ärgern, weil ich weiß, dass du so auf Wassermelonen stehst, beziehungsweise wenn er ist, wo da ist, haben wir eigentlich bisher immer Wassermelone gegessen. Wieso machst du Essvideos, wo du verschiedene Essen isst? Weil ich es interessant finde, Sachen zu testen und weil oft Sachen dabei sind, die manche Leute noch gar nicht kennen oder wo die Leute sagen, yo, wo gibt's das denn? Danke für den Tipp, das hole ich mir auch mal und so kann man sich irgendwie connecten und kann mal was weitergeben. Was ist dein Lieblingsessen und trinken? fragt Black Conda. Das ist eine schwere Frage auch wieder. Als Lieblingsessen könnte ich trotzdem immer noch sagen, wahrscheinlich die Chili Burger vom Lutz, vom Imbiss Lutz, der am Kaufland immer stand, der ist aber jetzt nicht mehr da, den gibt's jetzt nicht mehr. Kaufland hat wieder, ja, wir müssen umbauen, und geh da weg. Nach 25 Jahren, wo der Imbiss dort stand und der die besten Burger gemacht hat, die Chili Burger einfach so auf die Hand, zack, was Kleines, Leckeres, ist er jetzt nicht mehr da, muss jetzt umziehen und ich hoffe, die Burger gehen mit und bleiben gut und lecker und kann man sich dort auch geben. Also als Lieblingsessen würde ich immer sagen Chili Burger, denn egal was wie wo, wenn Isbo da war, wir sind immer zum Kaufland gelaufen, er wollte immer dahin wegen einem Schnitzelsandwich und ich habe immer Chili Burger gegessen. und da kannst du auch wirklich fünf Stück essen, die sind so frisch und lecker, das passt einfach. Mein Lieblings Trinken wüsste ich gar nicht. Schwer zu sagen, in letzter Zeit habe ich ja nur Wasser getrunken. Bevor ich Wasser getrunken habe, was trinke ich denn so? Sonst habe ich wie gesagt immer gesagt, Lieblingsgetränk ist Red Bull Cola mit Chili Burger zum Essen. Den Spruch hatte ich immer mal irgendwo zusammen mit Schizophrenie ist ein Segen, damit man nicht alleine chillt. Ich glaube, wir könnten das so stehen lassen. Das ist zwar mein Lieblings Getränk gewesen, da ich aber kein aktuelles Lieblingsgetränk habe, ist das wahrscheinlich immer noch mein Lieblingsgetränk, auch wenn ich es schon ewig nicht mehr getrunken habe. Also Red Bull Cola einfach. Jetzt kommt wieder Ismo, ja? Oh mein Gott. Ich glaube, wir machen für die Ismo-Fragen jetzt wieder eine neue Folge, wir sind nämlich gleich auch wieder bei den 20 und ich glaube, die Ismo-Fragen gehen einfach schneller. Vielleicht schaffen wir die restlichen Fragen von Ismo einfach in der allerletzten Folge, in der fünften. Das war es also von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, vorhaut euer Ramses. Aaaaaah!